In den letzten Wochen wurde schon fast richtig turbulent bei der PayPal-Aktie, was genau passiert ist, wie mein Ausblick für die PayPal-Aktie in die nahe Zukunft ist, was mich mit meiner Position mache und einfach mal ein allgemeines wichtiges Update zu PayPal gibt es jetzt in diesem Video. Bevor wir tiefer eintauchen, nochmal der wichtige Hinweis, der Februar steht ganz im Zeichen meines Geburtstages und ich lasse euch teilhaben, indem ich hier dreimal 500 Euro im Februar verlose für alle meine Zuschauer, die unter meinen Videos im Februar dann entsprechend kommentieren. Um mitzumachen, braucht ihr ganz wichtig, einmal müsst ihr unter den Videos kommentieren natürlich, sonst kann ich keinen Gewinner ziehen und zum anderen braucht ihr ein Depot hier beim Zero Broker, meinem Kanalsponsor schon seit zwei Jahren, einer der besten Broker hier in Deutschland meiner Ansicht nach und wer bisher noch kein Depot hat, der folgt am besten gleich mal dem ersten Link unter dem Video und sichert sich jetzt schon mal 25 Euro plus eine Gratisaktie und muss dazu das Haus auch nicht mal verlassen. Gehen wir aber jetzt nun mal zu PayPal rüber, ja, was es genau turbulent ist, passiert zunächst einmal, gab es vor wenigen Tagen die Quartalszahlen und wir sehen schon, wenn wir mal hier zu Tradingview rüberschauen, ja, die Quartalszahlen waren eigentlich gar nicht so schlecht, man konnte sogar die Analystenerwartungen in Teilbereichen schlagen, sowohl bei den Earnings als auch ganz leicht im Umsatz. Wir können auch mal hier auf diesen Screen hier immer rüber gehen, den benutze ich auch immer ganz gerne, hier von Brad Freeman, den ich hier auf Twitter immer empfehle zu folgen. Was sehen wir hier? Ein Beat in den meisten wichtigen Bereichen und was auch ganz besonders hervorzuheben gilt, ist hier, dass die Marge im Transaktionsumfeld leicht gestiegen ist, etwas, was PayPal schon lange dran zu knabbern hat. Wir sehen ja hier zum Beispiel in Q4 2020 lag die Transaktionsmarge noch bei fast 56 Prozent, ist danach kontinuierlich gefallen und das ist so ein bisschen eine große Befürchtung gewesen, dass PayPal hier eben durch Konkurrenzdruck und eben diese Margen nicht mehr halten kann. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig zu sehen, dass die Marge nicht weiter fällt von Quartal zu Quartal, sondern eben steigt. So, kurz darauf nach diesen Zahlen gab es dann auch eine massive positive Reaktion mit knapp fast 10 Prozent. Nachbörselig ist die Aktie nach oben durchgestartet, aber dann sehen wir auch, ist die Aktie doch tatsächlich nach unten, eher nach diesen Quartalsergebnissen und nach dem Earnings Call durchgefallen. Und wir befinden uns heute etwas niedriger als noch vor den Quartalsergebnissen. Zwei Punkte oder mehrere Punkte sind hier wichtig einmal anzuschauen und zu erwähnen. Der erste Blick geht hier vor allem auf die Guidance rüber. Wir sehen hier zum Beispiel, ja, dass die Guidance deutlich schwächer war, als jetzt eher von den Analysten so ein bisschen erwartet wurde. Wenn wir hier vor allem auch mal rüber gehen, ja, direkt zu PayPal, was sehen wir hier? In line with prior year, das heißt um etwa einen neuen Gap Earnings per Share von 5 Dollar und 10. Das ist als Guidance für dieses Jahr. Und wir sehen, dass es im Endeffekt genau auf dem gleichen Niveau, wie wir sie im Jahr 2023 gesehen haben. Das heißt, die Aktie wächst nicht mehr. Naja, und das ist jetzt vielleicht so mal als ganz wichtiges Signal, wenn wir auch mal zu den Analysten Schätzungen für die nächsten Jahre reinblicken. Und auch die Kommentierung von eigenen Management, dann war es ja immer auch darauf ausgelegt, hey, PayPal wird zurückfinden, zurück ins Wachstum finden. Auch wenn es nicht mehr so großartig sein wird, werden wir wieder wachsen. Ja, wir werden Top und Bottom Line wieder zum Wachsen bringen. Und das ist unsere Mission. Auch die Mission hier von Alex Chris, dem neuen CEO. Und naja, wenn man sich mit dieser Mission dann praktisch in die Welt reingeht und als neue CEO Rolle dann diese Mission ausgibt, dann haben wir gleichzeitig gesagt, hey, naja, war es doch nicht. Also für dieses Jahr prognostizieren wir noch kein Wachstum. Natürlich reagiert dann der Markt eher ein bisschen negativer. Also ein negatives Signal war hier auf jeden Fall die Guidance, die eher auf dem Vorjahresniveau weiterhin platziert wird. Und was dann ebenfalls eher so ein bisschen negativ vom Markt aufgefasst wurde, war dann der tatsächliche Earnings Call vom neuen Management und von Alex Chris. Das war dann eher so ein bisschen, ja, ich soll mal sagen, also viele haben das jetzt aus der PayPal Community als den schlechtesten Earnings Call überhaupt erwähnt. Ich selber würde da gar nicht so weit in die Richtung gehen. Ich glaube, das hat eher so ein bisschen eine andere Problematik damit zu tun. Wir erinnern uns mal ein bisschen zurück. Alex Chris hat ja hier auch vor kurzem angekündigt gehabt, ja, per CNBC oder auf CNBC. Wir werden die Welt schocken, ja. Wir werden die Welt schocken. Das war seine Aussage. Und wir werden euch auch zeigen, welche Neuerungen wir bei PayPal planen. Und dann kam eben diese Videobotschaft, wo man dann auch ein paar Produkte angekündigt hat. Und das war dann auch vom Markt. Ja, ich würde mal sagen, hier kam die Ankündigung. Wir werden die Welt schocken. Und der Kurs reagiert mega stark. Und dann kommt das Video und dann zeigt man auch, welche Erneuerungen man auch im Produktportfolio durchführt. Und dann wurde das Ganze sehr negativ wieder aufgenommen, weil da eben kein Kracher von Seiten des Marktes, ja zumindest der Markt hat keinen Kracher gesehen. Aber ich gehe persönlich mal mit meiner Einschätzung gleich auch nochmal da drauf. Dann war dann hier aber schon mal dieses negative Signal. Ja, was für ein Schock. Ja, das war kein Schock, kein positiver Schock für den Markt. Kurs reagiert negativ. Dann nähert man sich den Quartalszahlen. Und auch hier war eher so das Ergebnis, ja okay, vielleicht kommt jetzt der Schock. Vielleicht kommt jetzt ein mega starker Ausblick oder mega starke Quartalszahlen. Die Quartalszahlen waren gut, ja, wie wir auch gerade gesehen haben. Aber der Schock, ja, für diese Prognose blieb dann eben aus. Und im Earnings Call selber war man eher sehr, sehr defensiv. Und das hat dem Markt definitiv nicht gefallen. Danach gab es den zweiten Schlag nach unten. Und jetzt gilt es eher so ein bisschen aufzureißen, ja was war hier oder wie schätze ich meiner Ansicht nach in das Ganze ein, was hier praktisch als Produktneuerungen oder Entwicklungen angekündigt wurde. Ich glaube, es ist hier ganz wichtig hervorzuheben, Alex Chris ist noch nicht so lange dabei. Also wer irgendwelche Erwartungen hat, dass ein CEO nach drei, vier Monaten jetzt irgendwie komplett den Konzern auf den Kopf stellt und alles funktioniert anders und jetzt kommen wir alles mega wieder ins Wachstum zurück. Ich glaube, ganz wichtig, vielleicht auch aus dem US-Raum, so ein bisschen in der Community, ist es ein bisschen zu viel Erwartungen drin, in sehr kurzer Zeit sehr viel abzuliefern. Das haben wir dann auch gemerkt gehabt, dass einfach hier in dieser Kursreaktion viele Spekulanten wieder mit dabei waren, die dann auf diesen steigenden Kurs spekuliert haben. und als dann eben das Ganze ausgeblieben ist, nun, dann mussten sie liquidieren oder mussten verkaufen. Meiner Ansicht nach macht Alex Chris gerade im Moment fast alles richtig, ja. Also zunächst einmal die Fokussierung auf den Kernbereich von PayPal. Da gibt es so, so viel noch zu heben. Zum einen durch Kostenersparnisse, zum anderen eben durch diese Produkterneuerung, aber eben Produkterneuerung nicht im Sinne von jetzt kommt ein mega neues, tolles Produkt, wo dann kein Mensch braucht, sondern nein, man fokussiert sich darauf, was man bereits hat und versucht eben mit dem, was man hat, noch viel, viel stärker den Kunden und auch den Händlern einen Nutzen zu bringen. Und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach die richtige Fokussierung. Checkout, ja, war hier zum Beispiel eines der großen Themen, was Alex Chris immer wieder anspricht, wird vom Markt so ein bisschen belächelt, aber meiner Ansicht nach ist es genau die richtige Identifizierung vom CEO und genau die richtige Richtung, in die es geht. Der zweite Punkt ist auch, dass eben viele Bereiche, wo jetzt Alex Chris mit seinem neuen Management identifiziert hat, um das Unternehmen schlanker zu machen, agiler zu machen, diese Dinge sind zum Beispiel jetzt noch gar nicht hier in der Guidance mit drin. Ja, das haben sie auch per Earnings Call gesagt, deswegen sage ich auch so ein bisschen defensiv, ja. Aber sie haben halt eben gesagt, wir planen hier einige Dinge, wir nehmen diese Dinge aber noch nicht in den Ausblick für dieses Jahr rein und das hat der Markt dann auch negativ aufgenommen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, der CEO ist hier, fungiert hier vielleicht wieder ein bisschen defensiv. Und jetzt muss man ein bisschen aber auch in die Kritik reinkommen, was macht Alex Chris vielleicht nicht ganz so richtig, so meiner Ansicht nach am Anfang. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kommunikation, die nicht gradlinig verläuft. Also vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen kommt er vielleicht raus und sagt dann, hey, wir schocken die Welt, ja, bringt dann viel Fantasie rein, bringt dann viel Emotionen, positive Emotionen vielleicht auch mit rein, sagt dann, hey, wir werden mega stark sein, wir werden agil sein. Eher so, davon gibt es ja auch viele CEOs, die dann in diese Richtung dann auch kommunizieren. Nur um dann irgendwie zwei Wochen später im Earnings Call zu sagen, so nee, 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 jetzt wird wieder alles, wir sind eher konservativ und eher defensiv. Ich glaube, von der Kommunikation her ist ganz wichtig, dass Alex Chris sich nicht verunsichern lässt als neuer CEO von PayPal, sondern eben seine Kommunikation geradlinig läuft. Also entweder ist man eher defensiv oder eher kommt man tatsächlich dann irgendwie Elon-mäßig Style raus und sagt, hey, wir schocken die Welt und wir werden die Besten und Allertollsten sein. Aber so ein bisschen Zwiespalt in dieser Kommunikation wird dann eben auch vom Markt nicht so positiv aufgenommen. Deswegen, dieser Aspekt war vielleicht auch von Alex Chris dann nicht so schön, wobei man vielleicht auch dazu sagen muss, dass ja diese Kommunikation, als er gesagt hat, wir werden die Welt schocken, das war nicht irgendwie mit einem Zeitraum gesagt. Also er hat nicht gesagt, so nächste Woche oder in zwei Wochen, sondern das war vielleicht von ihm so ein bisschen, wir werden die Welt schocken, zu was PayPal langfristig alles möglich ist. Er hat aber durch diese nicht klare Kommunikation dann eben so Fantasie reinkommen lassen und wollte dann vielleicht im Earnings Call dann eher wieder so ein bisschen den Fehler, den er gemacht hat, wieder so ein bisschen zurücknehmen, aber das ist ihm dann wieder entsprechend auf die Füße gefallen. Das ist aber alles eher ein bisschen psychologischer Natur, meiner Ansicht nach. Meiner Ansicht nach macht Alex Chris bisher händisch soweit alles richtig, bis auf ein paar Kommunikationsaspekte. Die Identifizierung der Produktpipeline ist wichtig und richtig und wir sehen auch, wenn wir einfach mal drauf schauen, was hat PayPal fundamental zu bieten. PayPal bietet fundamental weiterhin etwa jährlich 5 Milliarden US-Dollar als Free Cashflow. Diesen Free Cashflow steckt man dann wieder in den Rückkauf von Aktien und wenn man jetzt einfach mal weiterblickt zur Bewertung von PayPal hier jetzt mal auf Market Screener, dann sehen wir für 2024 eine Free Cashflow Rendite von 8,36%. Die ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das habe ich schon mal in einem anderen PayPal Video euch gezeigt. Hier muss man eben auch sehen, dass es relativ viel Stock-Based Compensation bei PayPal gibt, dafür, dass es kein Wachstumsunternehmen gibt, relativ viel Aktienausschüttungen an die eigenen Mitarbeiter. Deswegen müsste man hier das Ganze eher bereinigt sehen, aber dann kommen wir auf ein bereinigtes Level von auch etwa 6% Cashflow Rendite. Und dann für die Folgejahre, hier gehen aber die Analysten eben wieder von einem Wachstum aus, für die Folgejahre wären das dann irgendwo vielleicht um die 8% Free Cashflow Rendite. Für mich als erste Position in PayPal definitiv attraktiv. Ja, für mich definitiv attraktiv. Und wenn PayPal es schafft, die Initiativen, die sie jetzt schon planen, mit dem neuen Management umzusetzen, dann könnten wir tatsächlich in den Bereich der Analystenschätzungen kommen. Und selbst wenn es nur auf dem Level der Analystenschätzungen bleibt, dann ist meiner Ansicht nach die Aktie im Moment attraktiv bewertet. Deswegen der Blick zurück in mein Depot. Was mache ich jetzt mit meiner PayPal-Position? Ihr seht schon, die ist weiterhin immer noch relativ klein. Also ich habe bisher immer noch nur eine einzige Position mir ins Depot gelegt. Auf dem Level, wo wir uns aktuell befinden, hier irgendwo im Nirgendwo in dieser Trendlinie, in dieser negativen, ist es ein bisschen doof. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn die Aktie weiterhin fällt, ich hier unten dann vielleicht nochmal einfach eine weitere Position erhöhe. PayPal wird nicht die größte Position bei mir im Depot sein. Ich sehe aber relativ viel Bewertungspotenzial in der Aktie. So ein bisschen erinnert es mich an Meta. Ja, das wird auch immer wieder gesagt. PayPal ist die nächste Meta. Meta habe ich hier irgendwo auch, als es diesen massiven Crash gab, habe ich hier unten gekauft oder nochmal Nachkauf getätigt. Bei PayPal sehe ich das ein bisschen anders. Meta hat andere Probleme gehabt als jetzt PayPal. Dennoch ist der Vergleich vielleicht nicht ganz 100% abwegig. Also man kann hier schon definitiv einen gewissen Wert in der PayPal-Aktie finden. Meiner Ansicht nach wird sie aber nicht dieses massive Comeback feiern können wie Meta. Aber man wird hier definitiv auch in den nächsten kommenden Monaten und Jahren Aufholpotenzial auch im Kursverlauf haben, wenn eben Alex, Chris und das neue Management hier die Dinge auch durchsetzen können, von denen sie jetzt in den letzten Wochen auch berichtet haben. Meiner Ansicht nach also macht das Management hier weiterhin etwas richtig. Ich sehe auch nicht, dass die Aktie aufgrund von den aktuellsten Entwicklungen hier jetzt den Trendkanal nach unten durchbricht. Eher gehe ich immer noch davon aus, dass wir eher einen Durchbruch nach oben erleben und sehen werden. Die Frage ist eher wann. Solange wir ihn noch nicht sehen, diesen Durchbruch nach oben, kaufe ich jetzt aber hier den Weg in diesem Trendkanal weiter zu, baue meine Position weiter auf. Denn im Moment ist die Aktie durchaus attraktiv. Sie ist nicht mega günstig. Sie ist nicht die günstigste Aktie der Welt. Aber für das Potenzial, was das Wachstum mir bringt, zu dem, was die Bewertung aktuell sagt, ist die Aktie für mich einfach weiterhin ein langsamer Kauf, damit mein Depot immer mehr Anteile von PayPal dazu bekommt. Wir werden mal sehen müssen, wie lange ich noch Zeit habe, diese PayPal-Position weiter zu attraktiven Kursen aufzubauen. Ich habe keine Eile. Ich werde langsam die Position aufstocken. Und wenn du auch deine PayPal-Position weiter aufbauen willst, dann nutze doch die aktuelle Aktion. Sichere dir 25 Euro plus eine Gratisaktie. Investiere das Ganze vielleicht in PayPal oder irgendeine andere Aktie und mache auf jeden Fall bei meinem Gewinnspiel mit. Ich kann es nicht deutlich genug sagen. So viele Kommentare habe ich nicht unter meinen Videos. Also jeder, der irgendwie mitmacht, hat meiner Ansicht nach eine richtig gute Chance, hier 500 Euro im Februar zu gewinnen. Und der Zero Broker bietet in seiner Aktion hier auch noch mal weitere Gewinnspiele. Wie gesagt, meiner Ansicht nach eh ohnehin einer der besten Broker hier in Deutschland. Und deswegen bin ich auch insgesamt mit denen eine Kooperation eingegangen. Macht auf jeden Fall mit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank für's Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.